Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 17. Oktober. Vorbereitungen auf einen Blackout in Mittelhessen, Kritik zu einem 5G-Funkmast in Wallau und eine erhöhte Nachfrage nach Holzöfen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. 1,2 Millionen Mal hat die Kreisverwaltung des Landil-Kreises vergangenen Monat Hackerangriffe aus der ganzen Welt abgewehrt. Umgerechnet waren das 41.171 unberechtigte Zugriffsversuche pro Tag. Die Angriffszahlen steigen laut Kreisverwaltung seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine. Eine Behörde wieder ans Netz zu bringen, koste Millionen. Mit Hackerangriffen wollen die Täter meist die Verwaltung aus politischen Gründen lahmlegen oder wollen Geld. Und mit zunehmender Digitalisierung bietet die Verwaltung auch mehr Angriffsfläche. Daher muss das System geschützt und Cyberangriffe abgewehrt werden. Die Kreisverwaltung orientiert sich an BSI-Schutzkatalogen und hat Notfallhandbücher. Außerdem gibt es eine unabhängige Prüfung der IT-Sicherheit und eine rund um die Uhr live Überwachung des Kreisnetzwerks durch ein IT-Sicherheitsunternehmen. Die Gefahr eines Blackouts in Mittelhessen ist nicht ganz ausgeschlossen, die Wahrscheinlichkeit ist jedoch sehr gering. Das liegt unter anderem an dem starken europäischen Verbundnetz, innerhalb dessen es wiederum Sicherungssysteme gibt. Das Energieversorgungsunternehmen EAM sieht kein höheres Risiko für einen Stromausfall als sonst, er lasse sich aber grundsätzlich nicht gänzlich ausschließen. Dieser Meinung sind auch die Landkreise Landil und Limburg-Weilburg. Um für den Fall der Fälle vorbereitet zu sein, haben sich die einzelnen Landkreise und Kommunen bereits auf ein solches Szenario vorbereitet. Die Stadt Wetzlar könnte zum Beispiel ihre Bürger 14 Tage lang mit sauberem Trinkwasser versorgen und in beispielsweise Feuerwehrhäusern eine Notstromversorgung aufbauen. In den sechs stationären Senioreneinrichtungen des Caritasverbandes in Limburg ist für die Bewohner bei einem Ausfall der Zentralküche über sieben Tage hinweg die Versorgung mit warmen Mahlzeiten sichergestellt. In Marburg-Biedenkopf halten alle 22 Städte und Gemeinden Notunterkünfte für Evakuierungsfälle bereit. Bei einem Strom- und Gasnotfall kann sich die Bevölkerung dort aufwärmen. Der neue 5G-Funkmast am Ortsausgang Wallaus in Richtung Bad Lasfer hat in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats für reichlich Kritik gesorgt. Dieser sei laut Ortsbeiratsmitglied Katja Michel innerhalb kürzester Zeit errichtet worden, ohne dass die Bürger im Vorfeld darüber informiert wurden. Sie hat den Mobilfunkbetreiber im Verdacht, das Vorhaben weitgehend heimlich vorangetrieben zu haben, um Problemen wie in Weifenbach aus dem Weg zu gehen. Dort haben Bürger den Bau eines solchen Mastes in Ortsnähe verhindert. Außerdem sorgt sie sich über die möglichen Auswirkungen der Strahlung auf den Körper. Ob und wie gesundheitsgefährdend die 5G-Strahlung sei, sei nämlich noch nicht belegt. Nun soll auch im Graubach ein zweiter 5G-Mast errichtet werden. Die Fundamente dafür seien sogar schon gegossen. Bedenken äußerte Michel auch wegen des Stromverbrauchs und kündigte an, gegebenenfalls persönlich rechtliche Schritte gegen den Bau der beiden Funkmasten einzuleiten. Das Problem ist aber, dass die Masten auf Privatgrundstücken errichtet wurden. Damit seien sie rechtlich wahrscheinlich nicht angreifbar. Mit dem Frühschoppen ist am Sonntag das Herborner Oktoberfest zu Ende gegangen. Zuvor spielten an zwei Abenden die Band Blechblosen aus Bayern. Während am Freitagabend die hinteren Reihen in dem knapp 2500 Besucher fassenden Festzelt am Waldmühlenweg teilweise leer blieben, war es am Samstagabend ausverkauft. Wie groß die Fangemeinde der Band ist, die unter anderem jedes Jahr im Weinzelt auf dem Münchner Oktoberfest spielt, zeigte ein Blick ins Publikum. So sind Michael und Silvia am Freitag extra aus Köln und Thüringen angereist, um die Band live zu erleben. Die vorläufige Bilanz der Veranstalter für das Oktoberfest fällt positiv aus. An den beiden Wochenende waren insgesamt etwa 8000 Besucher nach Herborn gekommen. Die Fluggesellschaft Eurowings kommt nicht zur Ruhe, wegen des zweiten Pilotenstreiks innerhalb von nicht einmal zwei Wochen drohen bei der Lufthansa-Tochter von heute an bis Mittwoch erneut zahlreiche Flugausfälle. Allein am Flughafen Düsseldorf wurden nach Angaben des Airports für Montag 102 der geplanten 171 Eurowings-Flüge abgesagt, in Köln-Bonn wurden 43 Verbindungen gestrichen, in Stuttgart 40 Starts und Landungen annulliert. In Hamburg sollen 58 von 94 geplanten Flügen ausfallen. Von den insgesamt rund 400 am Montag geplanten Flügen würden aber dennoch voraussichtlich mehr als 230 stattfinden, teilte die Lufthansa-Tochter gestern mit. Eurowings geht davon aus, auch Dienstag und Mittwoch mehr als die Hälfte des geplanten Flugprogramms durchführen zu können. Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür und immer mehr Menschen machen sich angesichts der hohen Gas- und Strompreise Gedanken über alternative Heizmethoden. Die Nachfrage nach Holzöfen ist in den vergangenen Monaten stark gestiegen, Fachbetriebe können sich vor Anfragen kaum retten. Derzeit müssen Interessenten viel Geduld mitbringen. Seit Beginn der Corona-Pandemie ist die Nachfrage bereits gestiegen. Hinzu kommt eine neue Kaminofenverordnung, die eine Nachrüstung bestehender Anlagen bis Ende nächsten Jahres notwendig macht. Der Ukraine-Krieg hat die Nachfrage noch weiter gesteigert. Viele Menschen wollen auch im Falle eines Gasausfalls autark heizen können, oder die zu erwartenden hohen Heizkosten abmildern. Günther Meurer, Geschäftsführer der Innung der Kachelofen- und Luftheizungsbauer, empfiehlt das Zuheizen mit Holz- oder Pellethöfen als gute Hybridlösung, macht allerdings auch auf die Kosten eines Kamins aufmerksam, die nach dem Einbau auf die Besitzer zukommen. Ein- bis zweimal im Jahr sollte der Schornsteinfeger zur Reinigung und Kontrolle des Kamins vorbeikommen. Alle paar Jahre stehen außerdem notwendige Wartungen durch den Heizungsbauer an. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de. Amen. Amen.